So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder ein kleines Infovideo für euch vorbereitet, was gleichzeitig auch wie ein kleines, sagen wir mal, Tutorial wirken soll, obwohl das Tutorial an sich hinfällig ist, aber Käufwaff ist ein Thema, was demnächst viele beschäftigen wird und ich möchte dieses Video machen, dass ich selber auch jederzeit darauf zugreifen kann, damit ich nicht irgendwann dann dastehe und sage, wo war nochmal welche Form, wo muss ich hin, wo gibt's was, so kann ich mich immer wieder auf diese dieses Video beziehen und weiß dann ganz genau, wo ich was finde. So, Thema Fashion Week. Es ist jetzt fast eine Woche dann vergangen, dass wir das letzte Event hatten, ist auch ungewöhnlich, früher einmal im Monat ein Event, alle paar Monate ein Event, dann jede Woche ein Event, jetzt war wirklich mal ein bisschen Ruhe da, obwohl das mit dem Sehntrio war jetzt in dem Sinn auch keine Ruhe, weil shiny Einführungen, jeder will alles haben, hin und her, dann wenn man es hat, das ist auch wieder uninteressant, kennt man ja, wie bei kleinen Kindern eben, wenn ich unbedingt was haben will, ne, da dreh ich komplett durch und wenn ich's dann hab, dann, weiß ich nicht, ist es auch Mist, braucht man nicht eigentlich, egal. Sehntrio, Hype ist momentan da, aber es geht natürlich weiter mit der Fashion Week, ähm, am 21., jetzt ist hier der 16.9. bei mir gerade, am 21., der Dienstag, 10 Uhr, beginnt die Fashion Week. Neue Shinies, neue Kostümierte und aber auch ein neues Pokémon, nämlich Käuf Waff, was insgesamt 10 verschiedene Formen annehmen kann und das erste Mal wir einen Formwechsel vollziehen können. Darum soll sich dieses Video nochmal drehen. Die Kollegen von GoGames haben aber wieder einen fetten Artikel rausgehauen, den wir uns jetzt mal hier reinziehen wollen, Käuf Waff hin und her, ich weiß gar nicht, wie ausführlich ich das machen will. Käuf Waff ist ein Pokémon der sechsten Generation vom Typ Normal, es ist ein Pudel nachempfunden, kann je nach Frisur unterschiedlich aussehen. In den Hauptspielen muss man dazu zum Friseur gehen, in Pokémon Go erstmals dann eben über den Formwechsel, ja. Ähm, Werte stehen hier auch dabei, kommt auf Level 40, bei Level 40 auf 2111 WP, bei Level 50 auf 2387. Ob das jetzt ein krasses Pokémon ist, ob man das nutzen kann, auch für GBL irgendwas vielleicht. Mit Bodycheck bis Tiefschlag oder Surfer findest du auch ein Strauchler, da wisst ihr wieder mehr als ich. Die Form von Käuf Waff beeinflusst lediglich das Aussehen, die Werte und Attacken bleiben gleich. Also, ist aber trotzdem lustig, wenn das GBL ist, ihr könnt vielleicht anhand der Form, die in den Kampf geschickt wird, sehen, wo der andere, gegen den ihr kämpft, herkommt. In welcher Region, aber wer merkt sich denn schon alles, dass diese von da ist und dass das von dort kommt. Das ist egal. Das ist wieder so, da kannst du wetten, dass spielen. Ich wette, ich erkenne jede Form am Design zum Herkunftsland und so irgendwas. Formwechsel, der Formwandler, eine Funktion. Hier steht das nochmal dabei, dass es das allererste Mal bei Formio war, hin und her, das je nach Wetter angepasst, hat sich wieder dann zurückverwandelt. Aber Käuf Waff gehört zum Punkt 2, dass der eben diese Form dann dauerhaft behält. Hier ist auch ein Screenshot angeführt, wie das dann aussehen würde. Zwischen dem Power-Up-Button und neue Attacke habt ihr also hier diesen Formwandel, der bei Käuf Waff an dem Beispiel, also 10.000 Sternenstaub kostet. Und 25 Käuf Waff-Bomb-Boms. Wenn wirklich mal ein Giratina kommt, bei dem man den Formwandel vollziehen kann, dann sind das bestimmt 100.000 Staub und 100 Bon-Boms. Also ungefähr so, wie wenn du eine neue Attacke hinzufügen willst, oder? Na gut, eine neue Attacke würde hier auch schon 75.000 kosten. Also, Attacke ist hier teurer. Bin ich mal gespannt. Aber Giratina ist wieder das, wo ich das am genialsten finden würde, diesen Formwechsel, was aber später hinten nochmal besprochen wird und irgendwie mir ein bisschen da der Wind aus den Segeln genommen wird. Denn ich warte schon, seit das in der Data-Mine gefunden wurde, dieser Formwechsel darauf, dass das reinkommt, weil ich mein 100% Giratina mit Füßen bitte zu einem 100% fliegenden Giratina mit ohne Füße machen möchte. Aber ob das auf Bestehende rückwürgend, das wirkt alles komisch und ja, im Endeffekt ist das eher alles nur ein Traum. Jetzt habt ihr das also, ihr habt euer Käuf Waff, zurück zum Thema, ihr habt euer Käuf Waff, ihr wollt eine andere Form geben, ihr drückt da drauf, ihr müsst das dann nochmal bestätigen, wenn ihr die Form wechseln wollt. Hier anschließend sieht man die verschiedenen Formen, die man auswählen kann. Im Screenshot wurde beispielhaft die mittlere Form mit dem Darmschnitt ausgewählt, deswegen ist hier auch das Häkchen drin. Anschließend klickt man auf den Button Form wechseln. Im Anschluss müsst ihr dies nochmals bestätigen, okay. Dann sieht es so richtig toll aus und man denkt sich, wow, wie schön er doch ist, oh mein Gott. Danach kann man wie bei der Entwicklung eine kleine Animation sehen und anschließen, hat Käuf Waff dauerhaft seine Form geändert. Zumindest so lange, bis ihr selbst die Form wechseln möchte. Das heißt, nicht wie bei Evoli, wenn ihr jetzt da was entwickelt und es ist Aquana, ist das Aquana und das war's. Das heißt, ihr entwickelt hier ja nicht in dem Sinne, ihr wechselt halt die Form. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jetzt den Damenschnitt habt und er euch irgendwann nicht mehr passt, macht ihr halt den Herrscherschnitt, den Kavalierschnitt, sonst was. Also ihr könnt das beliebig oft dann auch einfach wechseln. Das heißt, wenn ihr einen Hunderter hättet, könntet ihr alle Formen durchmachen, jedes Mal ein Screenshot und dann rumflexen. Guck mal, ich habe jede Form als Hunderter, Bruder. Oder ihr fangt einfach so viele Hunderter und lasst die in eurem Beutel mit der jeweiligen Frise. Was dann im Endeffekt mein Ziel wäre. Mal gucken, ob das Sinn haut. Hier steht nochmal alles dabei, regionale Form. Ihr habt also hier den Köder in der Mitte und habt neun Formen außenrum, die eben über die Welt verteilt sind. Unterschiedliche Regionen. Das Normale ist eben die Zottelform. Das sieht da halt so buschig aus. Ist mir am sympathischsten, aber es muss ja immer extra vagant und extra elegant sein. Zottelform, fängst du wild. Standard. Dann gibt es weltweit den Damenschnitt und den Kavalierschnitt. Damenschnitt, okay. Hier, guck, ich bin halt so eine Dame. Und der Kavalier, ich bin halt ein Kavalier mit Hut. Sieht auf jeden Fall auch sehr nobel aus. Das weltweit, also egal wo ihr seid, egal was ihr machen wollt, ihr könnt immer eure Zottelform entweder zum Damenschnitt oder zum Kavalierschnitt umgestalten. Je nachdem, in welcher Region ihr seid, müsste dann aber auch immer noch eine dritte Auswahl dabei sein. Zum Beispiel, in Amerika hättet ihr noch den Fräulein-Schnitt. Europa, Afrika und Nahost, Diamantenschnitt. Sieht aus hier wie Beethoven. Guck dir das an. Asien-Pazifik-Region, Sternchenschnitt. Wie gesagt, das behält die Attacken und alles. Es ist wirklich nur das Aussehen. Sonst könnte man denken, das sieht aus hier wie, Fräulein Guck, sieht aus wie Elektro. Ihr Diamanten sieht aus wie Feuer. Sternchenschnitt sieht aus wie Eis. Obwohl, eigentlich sieht das aus wie Wasser. Und Königinnenschnitt sieht aus wie Eis. Aber die Farben wiederholen sich. Also macht auch keinen Sinn. Sternchenschnitt, Asien-Pazifik. Königinschnitt, Frankreich. Ihr habt so riesige Regionen und dann habt ihr ein Land an sich. Aber ist egal. Königin, Frankreich. Japan, Kapuki-Schnitt. Ja, sehr beliebt sicherlich. Ägypten, Herrscher-Schnitt. Jetzt habe ich es einmal richtig. Ich habe die ganze Zeit immer was Falsches gesagt. Herrscher-Schnitt in Ägypten. Und wird noch angekündigt, Herzchen-Schnitt. Ist das wirklich auf eine Region begrenzt? Oder ist es dann vielleicht event-spezifisch, dass zu einem bestimmten Event du das machen kannst? Wenn wieder Valentinstag ist, kannst du deinen Käuf-Waff... Jetzt tut meine Nase. Au! Kannst du deinen Käuf-Waff eben mit dem Herzchen-Schnitt versehen? Wäre denkbar. Deswegen wird noch angekündigt. Was, denken ihr? Wird das eine Region erhalten? Oder wird das an ein Event gekoppelt? Rediglich die Zottel-Form erscheint wild alle anderen Formen über den Formwechsel. Je nachdem, wo man sich aufhält, könnt ihr also andere Formwechsel auswählen. Andere Pokémon mit Formwechsel, was auch sehr interessant ist. In der Hauptreihe gibt es, wie schon erwähnt, viele andere Pokémon, die einen Formwechsel vollziehen können. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir nichts sagen. Weitere Pokémon in Pokémon Go dieses Feature erhalten werden. Pokémon, die in der Hauptreihe dieses Feature besitzen, aber in Pokémon Go nicht sind. Die was nicht sind. Manchmal, die Schreibweise tut mich da so ein bisschen... Aber was steht hier dabei? Pokémon, ja. Cosplay Pikachu. Das war ja eigentlich das, was jetzt zwischen dem Singster und dem Rockstar, ja. Aber die konnte man jetzt zum Go-Fest entweder so oder so fangen. Wäre jetzt komisch, wenn man irgendwie nachträglich seinen Rockstar in den Singster umwandeln könnte. Ihr habt Formio dabei. Wie man alle so wild fangen kann. Die Oxys. Würde ich cool finden, wenn ich ein bestimmtes Die Oxys als Hunderter habe. Mir ein anderes gefällt und ich das dann einfach umwandle. Aber die Oxys ist ja auch X-Rates gewesen. Dann so 5er-Rates. Shiny-Einführung. Eins gibt es als Shiny, die anderen noch nicht. Sonst könnte man ja ein Shiny, die Oxys einfach umwandeln in ein anderes. Und dann hat man da auch das Shiny oder wie auch immer. Keine Ahnung, ob das wirklich nachträglich... Also die Oxys, wisst ihr, hat auch vier verschiedene Formen. Burmy mit seinem ganzen Sand und Trash und hin und her. Kinoso 2. Bei Rotom auch mehrere Formen. Einmal konnte man Rotom bisher fangen. Gab es aus der Photobomb als... Ich weiß gar nicht, was das ist. Waschmaschine. Das Waschrotom. Ja, das Waschrotom war das, glaube ich. Wird man das über... Also das wäre eigentlich interessant. Dass man Rotom über den Formwechsel in seine einzelnen verschiedenen Formen packen kann. Wäre für mich... Klingt irgendwie sinnvoller und nahbarer, als dass ich das unbedingt bei Kinoso, Burmy brauche oder Formio. Selbst halt die Oxys, weiß ich nicht. Bei Rotom macht das irgendwie noch mit am meisten Sinn. Hat ja eben so viele Formen. Und dann steht auch schon Geratina da. Das Geratina wäre dann ja dasselbe wie die Oxys zum Beispiel. Obwohl Geratina nicht so viele Formen hat. Geratina ist ja das, was ich mir eigentlich wünsche. Aber im Nachhinein betrachtet... Das ist in die Raids. Das ist in die Raids. Da muss es einen Unterschied geben. Dieses Wechsel einfach hin und her zwischen beiden. Darf das wirklich sein? Bricht man da nicht eine Lanze, ne? Flampivian. Konnte man auch so beide Sessokids, Cronio, Wildborius, Voldulus, Demeteros. Von der Wolke in die Tiergeistform und zurück. Wer halt so einen Wolkengeist hat als Hunder da. Und das dann zu Tiergeistformen umwandeln kann, die einfach viel stärker und krasser ist. Würde die meisten Leute sicherlich auch freuen. Das ist ja das gleiche Prinzip wie bei dem Geratina. Füße. Machst du weg, dann ist es windschnittiger und schon ist es ultra krass. Kijurim. Ja, aber das halte ich für ein Gerücht. Meloetta, auch ganz frisch drin. Genesekt. Da die ganzen... Das die Genesekt, da wird was angefangen. Und dann nicht zu Ende gebracht, so gefühlt. Hätten die nicht die ganzen Genesektformen unterschiedlich dann reinbringen können. Und auch als Shiny und sonst war so da hin und her. Und ne, da kommt eins rein. Dann kommt es als Shiny. Und dann kommt eine neue, aber nicht als Shiny. Und die restlichen werden erstmal weggelassen. Und die kommen dann irgendwann. Obwohl Genesekt eigentlich das dümmste Pokémon ist. So, in dem Sinne. Weil die Ochse ist, hast du wenigstens. Siehst du einen Unterschied zwischen den Formen. Da gehen die Sekte halt nicht. Außer, dass hinten der Nippel anders farbig ist. Aber... Ja... Völlig unnötig. Quaijutsu steht noch dabei. Xerneas. Ruheform. Aktivform. Hoppa! Also Hupa. Ha? Entbannt. Gebannt. Sonst was hin und her. Sakyan und Zamasenda. Also Session. Und Zamasenda. Aber die... Wenn du die einfach umwandelst. Nein. Negantic will ja dann die in die Raids bringen. Und dann sonst was. Und hin und her. Aber das wäre alles das gleiche Prinzip in diesen ganzen Fünfer Raid Bossen die hier dastehen. Ein Fazit ist auch gezogen. Wir halten es für sehr wahrscheinlich. Dass zumindest die bislang noch unveröffentlichten Pokémon mit der Möglichkeit eines Formwechsels diese erhalten werden. Ob Nenantic sich jedoch dazu entscheidet Pokémon wie Giratina neu zu programmieren ist fragwürdig. Aber genau das ist doch mein... Das wollte ich doch haben. Was denkt ihr? Wird man das nur bei neuen Pokémon nutzen? Wird man das auch nachträglich auf alte Pokémon anwenden können? Was sind denn überhaupt neue Pokémon die noch gar nicht drin sind oder die man dann noch machen kann? Also... Verschiedene Rotom-Formen vielleicht. Die es eben nicht gibt. Die man daraus schließen kann. Kyurem hat es ja noch schwarz-weiß. Aber ich glaube nicht, dass das einfach so dann wegen der Umwandlung Melo-Wetter ist dabei. Genesect fehlen im Prinzip auch noch zwei Formen. Hoppa! Fehlt noch Form. Und Sackian Zamasenda. Also Saschian. Also bei manchen können sie es wirklich weglassen. Manches ist komplett egal. Aber gerade so bei Giratina oder anderen Sachen würde ich es mir natürlich wünschen. Auch meinetwegen die Dioxys-Form. Wenn ihr da eine unbedingt als Sunder da wolltet, die richtig cool ist. Macht das mal. Packt das mal da rein. Wie steht ihr dazu? Freut ihr euch auf das Feature? Was sagt ihr zum Formwechsel? Was findet ihr? Welches Käufwaff sieht am coolsten aus? Man erkennt so gut wie nichts hier auf den Bildern. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem eine Meinung dazu, welcher Schnitt der beste ist. So ganz grob über den Daumen geschätzt würde ich, glaube ich, sagen der Kabuki-Schnitt. Die meisten, finde ich nämlich, sehen total lächerlich aus. Total penibel und oh mein Gott. Aber Kabuki-Schnitt, Japan, das feurige Rot, Bäm. Das gefällt mir. Auch wie die Frise auf dem Kopf aussieht. Alles andere kann ich mich jetzt nicht so mit anfreunden. Also Kabuki-Schnitt ist meine Lieblingsform. Was ist eure Lieblingsform? Schreibt es mal rein. Das war ein Video. Ein relativ kurzes Video, was sich mega in die Länge gezogen hat. Über den Formwechsel von Käufwaff. Auf Dank an GoGames für den tollen Artikel. Und heute Abend Mega-Rades für Zuschauer. Mit Mega-Hundemore für die Leute, die da immer noch Bedarf haben. Es wurde immer noch danach gefragt. Jetzt kommen wir von einem Hund zum nächsten. Gute Überleitung. Und Freitag frei. Samstag der große XXL 12 Stunden Stream. Ich habe keine Lust. Ich habe Angst. Mir flattert jetzt schon die Hose weg. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Bedankt euch bei Thomas. Wir sehen uns heute Abend. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.